Herzlichen Dank! Es freut uns sehr, dass so viele heute den Weg hier zu den Wühlmäusen gefunden haben. Wir wünschen euch alle an dieser Stelle auch einen ganz guten Start ins neue Jahr. Und hier noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir sind am 7. Mai im Zebrano Theater am Ostkreuz. Und am 30. März sind wir mit einem Polit-Satire-Programm mit Andreas Thiel wieder hier bei den Wühlmäusen. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Kommen! KONTAL 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Musik 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 Musik